Sie hören? Every oder Endlich ein Gefühl von Ordnung oder Die letzten Tage des freien Willens oder Grenzenlose Auswahl zerstört die Welt. Von Dave Eggers. Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Gelesen von Torben Kessler. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Vorbemerkung. Diese Geschichte spielt in der nahen Zukunft. Versuchen Sie nicht herauszufinden, wann. Eventuelle zeitliche oder physikalische Anachronismen sind gewollt. Alle Fehler in Bezug auf Technologie, Chronologie oder Urteilsvermögen sind Absicht und in Ihrem Interesse. Genesis Delaney trat aus der dämmerigen U-Bahn in eine Welt aus reinem Licht. Es war ein klarer Tag und die Sonne, die auf die unzähligen Wellen der Bucht traf, warf goldene Funken in alle Richtungen. Delaney wandte dem Wasser den Rücken zu und ging die rund hundert Schritte bis zum Avery Campus. Schon das allein, die U-Bahn zu nehmen, sich unbegleitet und zu Fuß dem Tor zu nähern, machte sie zu einer Anomalie und irritierte die beiden Posten in ihrem Wachhaus. Ihr Arbeitsplatz war aus Glas und pyramidenförmig, wie die Spitze eines Kristallobelisks. Sie sind hierher gelaufen? fragte der weibliche Wachposten. Rovina, ihrem Namensschild nach, war um die dreißig, schwarzhaarig und trug ein adrettes gelbes Top, hauteng wie ein Fahrradtrikot. Als sie lächelte, kam eine charmante Lücke zwischen ihren Vorderzähnen zum Vorschein. Delaney nannte ihren Namen und sagte, sie habe ein Vorstellungsgespräch mit Dan Faraday. »Finger, bitte«, bat Rovina. Delaney drückte ihren Daumen auf den Scanner und auf Rovinas Monitor erschien ein Raster von Fotos, Videos und Daten. Es waren Fotos von Delaney, die sie selbst noch nicht gesehen hatte. War das eine Tankstelle in Montana? In den Ganzkörperaufnahmen hatte sie eine gekrümmte Haltung, die Folge davon, dass sie als Teenager zu groß geraten war. Delaney stellte sich gerade hin, während ihr Blick über die Bilder glitt, die sie in ihrer Parkranger-Uniform zeigten, in einer Mall in Palo Alto, in einem Bus, der anscheinend durch Twin Peaks fuhr. »Sie haben sich die Haare wachsen lassen,« sagte Rovina, »sind aber immer noch ziemlich kurz.« Delaney fuhr sich reflexartig mit den Fingern durch den vollen schwarzen Bubikopf. »Hier steht, Sie haben grüne Augen,« sagte Rovina, »sehen aber braun aus. Treten Sie bitte näher?« Delaney trat näher. »Ah, hübsch,« sagte Rovina, »ich geb' denen Bescheid.« Während Rovina Faraday anrief, wurde der zweite Wachposten, ein hagerer Mann um die fünfzig mit einem britischen Akzent, von einer anderen Herausforderung in Anspruch genommen. Ein weißer Van war vorgefahren, und der Fahrer, ein rotbärtiger Mann, der ein gutes Stück höher als das Wachhausfenster saß, erklärte, er habe eine Lieferung. »Was für eine Lieferung?«, fragte der hagere Wachmann. Der Fahrer schaute kurz hinten in seinen Van, als wollte er sich vergewissern, dass seine bevorstehende Beschreibung stimmte. »So einen Haufen Körbe, Geschenkkörbe, Stofftiere, Pralinen und so«, sagte er. Jetzt schaltete sich Rovina ein, von der Delaney annahm, dass sie in dem Glasobelisk das Sagen hatte. »Wie viele Körbe?«, fragte sie mit Blick auf einen Monitor im Wachhaus. »Keine Ahnung. Etwa zwanzig«, sagte der Fahrer. »Und werden die von jemandem erwartet?«, fragte Rovina. »Keine Ahnung. Ich denke, die sind vielleicht für potenzielle Kunden«, sagte der Fahrer, dessen Stimme plötzlich erschöpft klang. Dieses Gespräch zog sich offensichtlich schon sehr viel länger hin, als er das gewohnt war. »Oder das sind Geschenke für Leute, die hier arbeiten«, sagte er, nahm ein Tablet vom Beifahrersitz und tippte ein paar Mal darauf herum. »Hier steht, die sind für Regina Martinez und das Initiative K-Team.« »Und wer ist der Absender?«, fragte Rovina. Ihr Tonfall klang jetzt fast amüsiert. Es war klar, zumindest für Delaney, dass diese spezielle Lieferung nicht erfolgen würde. Wieder konsultierte der Fahrer sein Tablet. »Hier steht, Absender ist etwas namens MDS. Bloß M-D-S.« Jetzt hatte die Stimme des Fahrers einen fatalistischen Ton angenommen. »Wäre es wichtig,«, so schien er sich zu fragen, »wenn er niemals erfahren würde, wofür MDS stand?« Rovinas Gesicht entspannte sich. Sie murmelte in ein Mikrofon, sprach offenbar mit einer anderen Security-Bastion innerhalb von Avery. »Ist schon gut. Ich hab's im Griff. Wird abgelehnt.« Sie nickte dem Fahrer mitfühlend zu. »Sie können gleich da vorne wenden.« Rovina zeigte auf einen Wendehammer 15 Meter weiter. »Soll ich die Körbe da ausladen?« Rovina lächelte wieder. »Oh nein, wir haben keine Verwendung für ihre...« Die Pause schien dafür gedacht, genug Verachtung für das nächste, bislang harmlose Wort aufzubauen. Körbe. Der Fahrer hob die Hände gen Himmel. »Seit zweiundzwanzig Jahren fahre ich Lieferungen aus, und noch nie ist eine abgelehnt worden.« Er sah Delaney an, die noch immer neben dem Wachhaus stand, als suchte er in ihr eine potenzielle Verbündete. Sie wandte den Blick ab, betrachtete das höchste Gebäude auf dem Campus, einen Aluminium verkleideten, gewundenen Turm, der Algomass beherbergte, den Algorithmus-Think-Tank des Unternehmens. Erstens, erklärte Rovina, die sich offensichtlich nicht für die berufliche Erfolgsgeschichte des Fahrers interessierte, »Ihre Ladung entspricht nicht unseren Sicherheitsvorgaben. Wir müssten jeden Einzelnen ihrer«, wieder spuckte sie das Wort förmlich aus, »Körbe durchleuchten.« Und dazu sind wir nicht bereit. Zweitens, das Unternehmen hat Richtlinien, die es untersagen, nicht nachhaltige oder unsachgemäß beschaffte Waren auf den Campus zu lassen. Ich vermute, diese »Körbe«, es klang jetzt aus ihrem Mund wie ein Schimpfwort, »enthalten aufwendige Plastikverpackungen und verarbeitete Lebensmittel? Und Obst aus der Intensivlandwirtschaft ohne Bio- oder Fairtrade-Siegel höchstwahrscheinlich mit Pestiziden besprüht? Sind vielleicht auch Nüsse in diesen, noch mehr Gehässigkeit, Körben? Ich nehme es an, und dieser Campus ist nussfrei.« Und sagten sie nicht was von Stofftieren, völlig ausgeschlossen, dass ich ihnen erlaube, billige, nicht biologisch abbaubare Spielsachen auf den Campus zu bringen. »Sie akzeptieren keine nicht biologisch abbaubaren Spielsachen?«, fragte der Fahrer. Er hatte jetzt eine Hand gegen das Armaturenbrett gestemmt, als müsste er sich abstützen, um nicht zusammenzubrechen. Rowena atmete geräuschvoll aus. »Sie, hinter Ihnen warten jetzt schon einige Fahrzeuge. Sie können da gleich hinter dem Wachhaus wenden.« Sie zeigte auf den Wenderhammer, auf dem sicherlich den ganzen Tag lang von Avery unerwünschte Menschen, Lastwagen und Waren ihren Rückweg in die ungeprüfte Welt antraten. Der Fahrer starrte Rowena lange an, bevor er schließlich seinen Van startete und Richtung Wenderhammer rollte. Die Szene war in vielerlei Hinsicht merkwürdig, dachte Delaney. Schon allein der nicht zu Avery gehörende Auslieferungsfahrer. Fünf Jahre zuvor hatte der Circle einen E-Commerce-Giganten aufgekauft, der nach einem südamerikanischen Dschungel benannt war, und dadurch entstand das reichste Unternehmen, das die Welt je gesehen hatte. Die Übernahme machte es erforderlich, dass der Circle seinen Namen in Avery änderte, was den Unternehmensgründern definitiv und zwangsläufig erschien, das Allgegenwart und Gleichheit suggerierte. Auch der E-Commerce-Riese war froh über einen Neuanfang. Man hatte den ehemals rationalen, ehemals verlässlichen Online-Marktplatz zu einer chaotischen Wüstenei von dubiosen Verkäufern, Produktfälschungen und offenem Betrug verkommen lassen. Das Unternehmen hatte alle Kontrolle und Verantwortung aus der Hand gegeben, woraufhin die Kunden sich nach und nach zurückzogen. Niemand lässt sich gern betrügen oder täuschen. Als die Website den Kurs korrigierte, hatte sie das Vertrauen einer wankelmütigen Öffentlichkeit verloren. Der Circle arrangierte eine Aktienübernahme und der Gründer der Website, zunehmend durch Scheidungen und Gerichtsverfahren abgelenkt, ließ sich nur allzu gern auszahlen und widmete seine Zeit fortan zusammen mit seiner vierten Frau der Erkundung des Weltraums, weil sie daran dachten, ihren Lebensabend auf dem Mond zu verbringen. Nach der Akquisition wurde ein neues Logo entworfen. Es bestand im Wesentlichen aus drei Wellen, die um einen vollkommenen Kreis herumwirbelten und deutete das Strömen von Wasser an, das Aufblitzen neuer Ideen, Interkonnektivität, Unendlichkeit. Erfolgreich oder nicht, es stellte jedenfalls eine Verbesserung gegenüber dem früheren Logo des Circle dar, das an einen Gullideckel erinnerte, und übertraf locker das langjährige Logo des E-Commerce-Giganten, das ein verlogenes Grinsen gewesen war. Da die Verhandlungen angespannt und schließlich feindselig verlaufen waren, war es jetzt nach Abschluss der Fusion unklug, den früheren Namen des E-Commerce-Unternehmens auf dem Campus zu benutzen. Falls es überhaupt mal erwähnt wurde, hieß es nur »Der Dschungel«, wobei das kleingeschriebene »D« Absicht war. Der Circle war seit seiner Gründung im nahen San Vincenzo angesiedelt, doch ein zufälliges Zusammentreffen von Ereignissen brachte das Unternehmen nach Treasure Island, eine größtenteils künstlich angelegte Insel mitten in der San Francisco Bay, eine Erweiterung der natürlichen Insel Yerbabuena. Die neue Landmasse wurde 1938 aufgeschüttet und sollte ursprünglich als neuer Flughafen dienen. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs machte man die Insel zum Militärstützpunkt und in den Jahrzehnten danach wurde ihr Flickenteppich von Flugzeughangers allmählich in Werkstätten, Winzereien und bezahlbaren Wohnraum umgewandelt, allesamt mit atemberaubender Aussicht auf die Bucht, die Brücken und die Berkeley Hills. Dennoch, aufgrund des unbekannten militärischen und mutmaßlich giftigen Mülls, der unter dem reichlich vorhandenen Beton der Insel begraben lag, ließen große Bauträger die Finger davon. Aber in den 2010er Jahren verhandelten Bauunternehmen schließlich eine Risikominderung und es wurden wunderbare Pläne entworfen. Ein neuer Hafen entstand, die Insel bekam eine neue U-Bahn-Station und zum Schutz vor dem erwarteten Anstieg des Meeresspiegels in den folgenden Jahrzehnten wurde um das ganze Gelände herum eine 1,20 Meter hohe Mauer errichtet. Dann kamen die Pandemien, der Finanzfluss versiegte und die Insel war zum Spottpreis zu haben. Der einzige Haken waren die kalifornischen Gesetze, die verlangten, dass der Öffentlichkeit Zugang zum Uferbereich gewährt werden musste. Avery ging erst diskret, dann öffentlich dagegen an, verlor aber schließlich, sodass eine 5,5 Meter breite Uferzone um die Insel herum für jeden zugänglich blieb, der dorthin gelangen konnte. Delaney Wells? Delaney fuhr herum und sah einen Mann von Anfang 40 vor sich stehen. Sein Kopf war kahlgeschoren und er hatte große braune Augen, die von einer randlosen Brille noch vergrößert wurden. Der Kragen seines schwarzen Reißverschluss-Shirts war hochgeschlagen, seine Beine steckten in einer engen grünen Jeans. Dan? fragte sie. Nach den Pandemien galt Händeschütteln als hygienisch bedenklich und aggressiv, wie viele fanden, aber man hatte sich auf keine Ersatzbegrüßung einigen können. Dan entschied sich, einen imaginären Zylinderhut zu ziehen. Delaney verbeugte sich knapp. Gehen wir ein Stück? fragte er und schlüpfte an ihr vorbei durch das Tor. Er spazierte nicht auf den Campus, sondern hinaus auf den schmalen Uferstreifen von Treasure Island, der Avery umgab. Delaney folgte ihm. Sie hatte gehört, dass die meisten ersten Vorstellungsgespräche bei Avery so abliefen. Um das Risiko auszuschließen, dass der Campus kontaminiert wurde, sollten weder Menschen noch biologisch nicht abbaubare Spielsachen, die nicht durchleuchtet worden waren oder ausdrücklich erwünscht waren, hereingelassen werden. Jede neue Person stellte ein Risiko dar. Und da Bewerbende wie Delaney keine Sicherheitsfreigaben hatten und nicht gründlich überprüft worden waren, abgesehen von drei oberflächlichen KI-Screenings, war es ratsam, das erste Gespräch außerhalb des Campus zu führen. Dan sagte jedoch etwas anderes. Ich muss auf meine Schritte kommen, erklärte er und zeigte auf sein Oval, ein allgegenwärtiges Armband, das zahllose Gesundheitswerte maß und von sämtlichen Versicherern und den meisten Behörden verlangt wurde. Ich auch, sagte Delaney und zeigte auf ihr eigenes Oval, das sie mit Inbrunst hasste, das aber unerlässlich für ihre Tarnung war. Dan Faraday lächelte. Delaney war sicher, dass die meisten Kandidaten alle möglichen Avery-Produkte trugen. Das war keine Anbieterei. Es war ein obligatorischer Einsatz, ehe das Spiel begann. Dan signalisierte ihr, die Straße zu überqueren, wo die öffentliche Uferpromenade begann. Verzeih mir, dachte Delaney, von jetzt an ist alles gelogen. Den Mann bezaubern Fürs Erste war es Delanys Aufgabe, Dan Faraday so unverschämt zu bezaubern, dass er sie für ein zweites, gründlicheres Bewerbungsgespräch empfahl. Danach würde es noch mindestens drei weitere geben. Manche Avery beschäftigte, so hatte sie gehört, waren über einen Zeitraum von sechs Monaten zwölfmal interviewt worden, bevor man sie einstellte. Wir können plaudern und uns ein bisschen umschauen, sagte Dan. Seine Augen waren freundlich, vernünftig, scheinbar unfähig, etwas anderes auszustrahlen als bedächtige Ruhe. Wenn du unterwegs einen Imbiss siehst, wo du etwas essen oder trinken möchtest, können wir eine Pause machen und uns setzen. In der Umgebung vom Avery Campus hatte sich eine Reihe von anscheinend privat geführten Läden angesiedelt, in denen die Touristen einkauften, die wegen der spektakulären Aussicht gekommen waren. Das Ganze sah aus wie eine hastig zusammengezimmerte Filmkulisse. Es gab ein dämmerig beleuchtetes, menschenleeres Architekturbüro, einige bunt dekorierte, aber wie ausgestorben wirkende Konditoreien und vegane Eiskafés. Die Straßen waren größtenteils leer, bis auf das ein oder andere Menschenpaar, das genauso aussah wie Delaney und Dan. Avery Beschäftigte, genannt Everyones, die sich mit potenziellen neuen Kollegen, genannt Möchtegern Everyones unterhielten. Delaney, die selten nervös wurde, war aufgeregt. Über Jahre hinweg hatte sie gezielt und mit akribischer Sorgfalt ihr Profil, ihr digitales Selbst, aufgebaut. Aber es gab so viele Dinge, von denen sie nicht wusste, ob sie sie wussten. Außerdem, und das machte ihr noch mehr zu schaffen, war sie auf dem Weg zum Campus geschämt worden. Auf dem U-Bahnsteig hatte sie eine Verpackung fallen lassen und bevor sie sie aufheben konnte, hatte eine ältere Frau das Vergehen mit ihrem Smartphone gefilmt. Die Erfindung und Verbreitung von Samaritan, einer Standard-App auf Everyphones und einer wachsenden Mehrheit von anderen Tech-Innovationen, wurde angetrieben durch die Mischung von gut gemeintem Utopismus und pseudofaschistischer Verhaltenskonformität. Millionen Shams, eine krude Verschmelzung von Samaritan und Shame, wurden täglich gepostet. Prangerten rücksichtslose Autofahrer an, laute Stöhner in Fitnessstudios, Vordrängler in Louvre-Warteschlangen, Benutzer von Wegwerf-Plastik und unbekümmerte Eltern, die ihre Kinder in der Öffentlichkeit weinen ließen. Geschämt werden war nur dann ein Problem, wenn du identifiziert und getaggt wurdest und wenn das Video oft geteilt und kommentiert wurde und deine Schambilanz in inakzeptable Höhe trieb. Dann konnte es dich dein Leben lang verfolgen. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch, dass du hier bist, sagte Dan. Nur drei Prozent der Bewerbenden schaffen es soweit. Du kannst dir ja denken, dass die KI-Screenings sehr streng sind. Absolut, sagte Delaney und zuckte innerlich zusammen. Absolut? Dein Lebenslauf hat mich beeindruckt und mir persönlich gefällt, dass du Lip Arts studiert hast, sagte Dan. Lip Arts. Entweder Dan hatte diesen Terminus für Geisteswissenschaften erfunden oder er versuchte, ihm zum Durchbruch zu verhelfen. Als wäre er unsicher, wie die Neuschöpfung ankam, zupfte er an der Schlaufe seines Shirt-Reißverschlusses. Wie du weißt, stellen wir ebenso viele Geisteswissenschaftler ein wie Techniker. Alles, um neue Ideen in die Welt zu bringen. Er ließ den Reißverschluss wieder los. Das war anscheinend seine Art, die Luft anzuhalten, während er einen Satz formulierte und aussprach, hielt er den Reißverschluss fest. Wenn er ihm ganz passabel über die Lippen gekommen war, entspannte er sich und ließ den Reißverschluss los. Delaney wusste, dass Avery auch sehr viele Nicht-Techniker beschäftigte und verließ sich darauf. Dennoch, sie hatte sich große Mühe gegeben, um selbst in der Mathe-schwachen Kategorie positiv aufzufallen. Vor zwei Jahren war Delaney nach Kalifornien gezogen und hatte in einem Start-up namens Olfactory angefangen, das sich vorgenommen hatte, Computerspiele, um Gerüche zu bereichern. Das erfolgreichste Release, Stanch of War, brachte die Gerüche von Diesel, Staub und verwesendem Fleisch in jungen Zimmer weltweit. Delaney ging richtigerweise davon aus, dass Olfactory darauf spekulierte, von Avery gekauft zu werden. Und als dieser Deal 18 Monate später über die Bühne ging, wurden die Gründer, V.J. und Martin, ebenfalls von Avery übernommen, ohne irgendetwas zu tun zu bekommen. Da Delaney noch relativ neu bei Olfactory gewesen war, wurde sie nicht automatisch bei der Akquisition mitgekauft, aber V.J. und Martin waren entschlossen, jeder und jedem bei Olfactory ein Avery-Bewerbungsgespräch zu verschaffen, falls das gewünscht war. Dein beruflicher Hintergrund und deine Ansichten sind wirklich genau das, wonach wir suchen, sagte Dan. Du bist widerständig und genau das möchten wir auch sein. Widerständig war ein seit neuestem beliebtes Wort. Es hatte rebellisch verdrängt, das aufsässig verdrängt hatte, das Störung Störer verdrängt hatte. Dan hielt wieder die Reißverschlussschlaufe in den Fingern. Es war, als wollte er ihn komplett aufziehen, sich von seinem Shirt befreien wie ein kleiner Junge, den ein kratziger Pullover juckt. Sie kamen an einem Laden vorbei, der allem Anschein nach Haushaltswaren verkaufte und auch tatsächlich schön arrangierte Haushaltswaren im Schaufenster ausstellte, aber in dem weder Kunden noch Personal zu sehen waren. Das habe ich an Avery immer bewundert, sagte Delaney. Ihr habt eure Flagge auf dem Titan gehisst, während alle anderen noch mit dem Mond Liebe äugelten. Dan wandte ihr den Kopf zu und Delaney wusste, dass sie einen Treffer gelandet hatte. Seine Augen waren warm und bewundernd. Und dann verengten sie sich, kündigten den Übergang auf ernsteres Terrain an. Wir haben deine Abschlussarbeit gelesen, sagte er. Delannys Gesicht wurde für einen Moment heiß. Obwohl die Abschlussarbeit das A und O ihrer Bewerbung war und mit Sicherheit der Hauptgrund, warum sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden war, hatte sie nicht damit gerechnet, so schnell darauf zu sprechen zu kommen. Sie war davon ausgegangen, das erste Gespräch wäre bloß eine Art Plausibilitätstest. Sie hatte ihre Abschlussarbeit über die Absurdität von Kartellverfahren gegen den Circle geschrieben, denn die Frage, ob der Konzern eine Monopolstellung hatte oder nicht, war irrelevant, solange er den Menschen das bot, was sie wollten. Sie prägte den Begriff menschenfreundliche Marktbeherrschung für die nahtlose Symbiose zwischen Unternehmen und Kunde, dem perfekten Seinszustand des Konsumenten, in dem sämtliche Wünsche effektiv und zu Niedrigstpreisen bedient wurden. Das zu bekämpfen lief dem Willen des Volkes zuwider. Und falls Regulierungsbehörden im Widerspruch zu den Wünschen der Bevölkerung standen, was hatte das für einen Sinn? Delaney postulierte, dass einem Unternehmen, das alles weiß und alles am besten weiß, doch wohl erlaubt werden sollte, unser Leben ungehindert zu verbessern. Delaney sorgte dafür, dass der Text online veröffentlicht wurde. Er wurde, wie sie erfuhr, in mehreren internen Threads der Avery-Belegschaft erwähnt und kurz, aber an wichtiger Stelle in einem seltenen EU-Urteil zitiert, das im Sinne von Avery ausfiel. Die Hauptpunkte, die du da formuliert hast, sind bei uns viel diskutiert worden, sagte Dan. Er war stehen geblieben. Delaney staunte, wie schnell ihre Achselhöhlen zu Feuchtgebieten werden konnten. Du hast Dinge geschrieben, die wir natürlich für wahrhalten, aber nicht so überzeugend in Worte fassen konnten. Delaney lächelte. Avery war das Unternehmen, das für die Verbreitung der Ideen der Welt in Form von Worten und Audio und Video und Memes am wichtigsten war. Und doch hatte das Unternehmen keine Ahnung, wie es sich gegenüber Regierungen, Regulierungsbehörden und Kritikern erklären sollte. Die Avery-Führungsriege, besonders seit dem erzwungenen Halbruhestand von Eamon Bailey, ehemals Marktschreier und Prediger, war fortwährend unsensibel, arrogant und gelegentlich geradezu beleidigend. Sie hatten nie den Eindruck erweckt, irgendeinen Kartellverstoß zu bedauern oder durch die eventuell verderbliche oder schädenverursachende Nutzung ihrer Produkte zur Einsicht gebracht zu werden. Der Circle hatte jeden Tag millionenfachen Hass verbreitet, was zu unsäglichem Leid und zahllosen Todesfällen geführt hatte. Er hatte zum Niedergang der amerikanischen Demokratie beigetragen und als Reaktion darauf bildete er Ausschüsse, in denen das Problem diskutiert wurde. Das Unternehmen optimierte Algorithmen. Es verbannte bekannte Hassprediger und stellte schlecht bezahlte Moderatoren in Bangladesch ein. Wie du unsere Kartellprobleme mit dem Auge der Geschichte betrachtet hast, fuhr Dan fort. Das war sehr erhellend, selbst für jemanden wie mich, der ich von Anfang an dabei bin. Seine Stimme war wehmütig geworden. Du hast einen sehr klugen Verstand und genau dafür kreieren wir hier. Danke, sagte Delaney und schmunzelte in sich hinein. Kreieren wir. Wie hat deine Professorin die Arbeit bewertet? fragte Dan. Sie dachte mit einem jähen Bedauern an ihrer Professorin Mina Agarwal. Delaney hatte Agarwal's Seminar »Freie Sachen größer als freier Wille« im dritten Semester belegt und war unter Agarwal's massivem Einfluss zu der Überzeugung gelangt, dass der Circle nicht nur eine Monopolstellung inne hatte, sondern auch das skrupelloseste und gefährlichste Unternehmen war, das es je gab. Eine existenzielle Bedrohung für alles Ungezähmte und faszinierende an der menschlichen Spezies. Als Delaney zwei Jahre später Agarwal bat, ihre Arbeit zu betreuen, sagte die bereitwillig zu, war aber entsetzt, als Delaney ihre 77 Seiten starke Abhandlung über die unternehmensfeindliche Torheit der Reglementierung des Circle abgab. Agarwal hatte Delaney eine Eins gegeben. Ich habe mich wegen der sorgfältigen Argumentationsführung und Recherche für die Note entschieden, schrieb sie, aber mit tiefen moralischen Vorbehalten gegen ihre Schlussfolgerungen. Ich war zufrieden, sagte Delaney. Dan lächelte. Gut, dann gibt es in der akademischen Welt noch immer etwas Respekt für intellektuelle Unabhängigkeit. Sie und Dan bogen um eine Ecke und wären fast mitten in ein anderes erstes Bewerbungsgespräch geraten. Eine elegante, junge Everyone ging neben einem mindestens 50-jährigen Mann her, der krampfhaft versuchte, dynamischer und unverzichtbarer zu wirken, als sein Alter vermuten lassen könnte. Wir legen Wert darauf, neue Mitarbeiter ungeachtet des Alters einzustellen, sagte Dan, und Delaney fragte sich, ob er sie mit ihren 32 Jahren als jemanden sah, der eine Art Anti-Altersdiskriminierungsquote erfüllte. Ältere Kandidatinnen und Kandidaten können aus so viel Lebenserfahrung schöpfen, sagte er und ließ den Blick über Delanys Schultern gleiten, als ob sie ihre Weisheit dort aufbewahrte. Sieh mal, sagte er und führte Delaney zu einem Spielplatz, der nach einem Entwurf von Yayoi Kusama angelegt und von Avery bezahlt worden war. Erwachsene willkommen, stand auf einem Schild und darunter in Klammern, nur in Begleitung eines Kindes. Delaney überflog das Kleingedruckte, das erklärte, wie wichtig Play, immer mit Ausrufungszeichen, für die Kreativität von Erwachsenen war. Play war der Name der aktuell vorherrschenden Management-Theorie und folgte damit auf Trends wie Multitasking, Singletasking, Ausdauer. Aus Fehlern lernen, Powernapping, Cardio-Training, Nein sagen, Ja sagen, Weisheit der vielen größer als Bauchgefühl, Bauchgefühl größer als Weisheit der vielen, der Viking-Management-Theorie, der Commissioner-Gordon-Workflow-Theorie, X-Teams, B-Teams, Einfachheit schätzen, Komplexität anstreben, Zemblanität suchen, Kreativität durch radikalen Individualismus, Kreativität durch Gruppendenken, Kreativität durch Ablehnung von Gruppendenken, organisatorische Achtsamkeit, organisatorische Blindheit, Mikroarbeit, Makro-Trägheit, angstbasierte Kameradschaft, liebebasierte Kameradschaft, liebebasierter Terror, Arbeiten im Stehen, Arbeiten im Gehen, Lernen im Schlaf und neuerdings Limetten. Wie war's so bei Olfactory, fragte Dan und setzte sich auf einen übergroßen Gummipilz. Delaney setzte sich ihm gegenüber auf ein Lama aus recycelten Plastikfasern. Delaney wusste, dass der größte Fehler, den sie jetzt machen konnte, der wäre, ihre früheren Chefs zu kritisieren. Es war unvergleichlich, sagte sie. Sie hatte gehört, dass das Wort unvergleichlich bei Avery beliebt war. Sie haben mich sehr gefördert. Ich habe jeden Tag eine neue Welt kennengelernt. Eine neue Welt kennengelernt. Diese Formulierung hatte sie noch nie im Leben benutzt. Aber als sie zu Dan hinüberschaute, schied er das zu befürworten. Ich fand die Akquisition gut, sagte Dan. Der Preis war hoch, aber das Talent war... Delaney vermutete, dass er normalerweise unvergleichlich gesagt hätte, aber das Wort hatte sie ihm geklaut. Er fand eine Alternative. Herausragend. Was denkst du über den Übernahmepreis? Talent ist teuer, sagte sie, und er lächelte. Es war die einzig richtige Antwort. Denn die Zahlen entbehrten jeder Logik. Avery hatte Old Factory, ein drei Jahre altes Start-up, das mit seinen 22 Beschäftigten keinen Gewinn erwirtschaftete, für knapp unter zwei Milliarden Dollar gekauft. Schön gesagt, antwortete Dan. Anscheinend machte eine Firmenübernahme für Tech-Käufer oder Verkäufer keinen Sinn, wenn der Preis nicht mindestens eine Milliarde betrug. Delaney hatte ein Auge auf Old Factories Umsätze gehabt und ihres Wissens hatte das Unternehmen in der gesamten Dauer seines Bestehens nicht mehr als 23 Millionen Dollar eingenommen. Dennoch hatte Avery 1,9 Milliarden Dollar bezahlt. Ganz ähnlich verhielt es sich mit dem unprofitablen Kopfhörer-Hersteller, der eine Milliarde kostete, oder der unprofitablen VR-Firma, die 2,8 Milliarden kostete, und der unprofitablen gewaltfreies Gaming-Firma, die 3,4 Milliarden kostete. Die Preise schienen eigentlich nur auf der Rundheit der Zahlen und auf einer herrlich logischen Volt zu basieren. Wenn du eine Milliarde bezahltest, war es auch eine Milliarde wert. Eine kühne Vorstellung, unbeschwert von tausend Jahren Geschäftsbuchhaltung. Ich habe Vijay und Martin noch nicht kennengelernt, sagte Dan. Er schaukelte jetzt, und Delaney merkte, dass der Pilz einen biegsamen Stiel hatte. Sie fragte sich, ob ihr Lama ähnlich flexibel war. Sie versuchte es. Vergeblich. Ich glaube, sie sind in der Romantik, sagte er und deutete vage in Richtung Campus. Irgendwo dort hockten Vijay und Martin. Delaney mochte die beiden sehr. Sie vermutete, dass sie jetzt unglücklich waren, so wie jedes Gründerteam, das seine Firma verkauft hatte, und das würden sie auch während der vereinbarten fünfjährigen Sperrfrist bleiben. Danach würden sie sich vom Acker machen und Familienstiftungen gründen. Doch die Milliarden teuren Akquisitionen sorgten dafür, dass die Technologiewelt weiterlebte und weiter träumte. Und die cleversten Unternehmer waren diejenigen, die erkannten, dass es sehr viel leichter und sehr viel logischer war, sich auf eine Übernahme durch Every einzustellen, als entweder auf eigene Faust Profit machen zu wollen, Sisyphus-mäßiger Irrwitz, oder den tückischen und unberechenbaren Weg eines Börsengangs einzuschlagen. Ich weiß, deine Stellenbezeichnung hat sich ein paar Mal geändert, deshalb wüsste ich gern mehr über deine Funktionen bei Olfactory, muss nicht unbedingt chronologisch sein, sagte Dan. Darf ich? Er stand auf und deutete an, dass er auf Delanys Lama wechseln wollte. Delaney verließ ihr Lama und nahm seinen Pilzplatz ein. Es war Amorph, sagte sie und sah je Bewunderung in Dans Augen aufblitzen. Noch so ein Wort, das ihm gefiel. Er war leichtes Spiel, erkannte sie. Jahrelang hatte Every durch seine Autofill-Algorithmen tausende Wörter verdrängt, stets die wahrscheinlichsten, den weniger verbreiteten vorgezogen, was den unerwarteten Effekt gehabt hatte, dass ganze Bereiche der englischen Sprache nahezu obsolet geworden waren. Wenn ein Wort wie Amorph verwendet wurde, war das Ohr eines Everyones überrascht, als höre es ein schwach vertrautes Lied aus einer fast untergegangenen Zeit. Delaney schilderte ihren Werdegang bei Olfactory. Sie hatte mehr oder weniger als Executive Assistant angefangen und danach hieß ihr Job eine Zeit lang Office-Manager, obwohl sich an ihrer Tätigkeit im Grunde nichts änderte, da sie nach wie vor alles umfasste. Sie organisierte die Verpflegung der Beschäftigten, sie kümmerte sich um die Instandhaltung der Räumlichkeiten, beauftragte die Gärtner und gab ihnen Anweisungen. Sie arrangierte jedes Event, von zwanglosen Meetings der Belegschaft über Geschäftsausflüge nach Presidio bis hin zu Martins Hochzeit auf dem Gipfel des Mount Timmerpais, für die sie ein Team Paraglider engagieren musste, die bereit waren, in Smokings zu fliegen. Das alles erklärte sie Dan mit absoluter Offenheit, aber in der Hoffnung, ihm unmissverständlich klarzumachen, dass sie nicht vorhatte, bei Avery Partys zu planen und sich ums Catering zu kümmern. Ich habe auch Bewerbungsgespräche mit Interessenten geführt, bemerkte sie, bloß die ersten Plausibilitätstests. Sie lächelte Dan vielsagend an, hoffte, dass ihm diese Anspielung auf gemeinsame Aufgaben gefiel. Er lächelte zurück, aber nur flüchtig. Sie hatte einen wunden Punkt getroffen, und sie hatte vorher schon wunde Punkte getroffen. Bei den Everyones, die sie kennengelernt hatte, sechs oder sieben, die ihr in Bars oder bei Abendessen vorgestellt worden waren, handelte es sich ausnahmslos um normale Menschen. Sie waren allesamt idealistisch, sehr oft herausragend auf ihrem Gebiet, und die meisten von ihnen waren imstande, freimütig über ihre Arbeit und ihr Leben zu reden, aber bei jedem Einzelnen von ihnen gab es eine Grenze, die nicht überschritten wurde. So konnte sie mit ihnen 20 Minuten lang freundlich über die vielen fragwürdigen und lächerlichen Aspekte ihres Lebens bei Avery oder über die mitunter positiven, doch meistens fatalen Auswirkungen des Konzerns auf die Welt plaudern, doch gerade wenn Delaney das Gefühl hatte, dass dieser Everyone wirklich sagen und denken konnte, was er wollte, ging irgendein Thema, irgendein Satz zu weit und der neue Every-Freund nahm eine förmlichere, defensivere Haltung ein. Das Wort Monopol wurde nicht ausgesprochen, Cool-Aid blieb ungesagt, jeder Vergleich, selbst scherzhaft und im beschwipsten Zustand von Jim Jones oder David Corrish oder Keith Ranieri mit Eamon Bailey, dem Mitgründer des Circle, wurde als geschmacklos und nicht mal annähernd zutreffend eingestuft. Jede Erwähnung von Stanton, einem anderen der drei Weisen des Circle, der Every verlassen hatte, um eine unheilige Allianz mit einem öffentlich-privaten Unternehmen in China einzugehen, vergelte unwiderruflich jedes Gespräch. Was über May Holland, der derzeitigen CEO von Every gesagt werden durfte, war schwer abzuschätzen. Wie viele Leute waren bei All Factory? fragte Dan. Delaney wusste, dass er die Zahl kannte. Sie wusste auch, dass sie, falls sie nicht die genaue Zahl nannte, als jemand dastehen würde, dem nichts an seinen Kolleginnen und Kollegen lag oder der nicht zählen konnte. Zweiundzwanzig einhalb, sagte sie. Wir hatten einen frisch gebackenen Dad, der zum Zeitpunkt der Übernahme nur halbtags gearbeitet hat. Die hatten da eine gute Work-Life-Balance, findest du nicht? fragte Dan. Er zupfte wieder an seinem Reißverschluss. Delaney erzählte ihm von den vielen Tagen, an denen sie draußen Mittagspause gemacht hatten, von den dreimal im Jahr stattfindenden Betriebsausflügen, die sie geplant hatte, den besonders warmen Freitag im Juni, an dem Vijay und Martin alle an den Strand in Pacifica geschickt hatten. Das gefällt mir, sagte Dan. Aber nachdem du in so einem kleinen Laden angefangen hast, denkst du, du wirst dich in einem so viel größeren Unternehmen wie Every wohlfühlen? Uns geht es auch um eine gewisse Absorptionsfähigkeit. Da bin ich mir ganz sicher, sagte sie. Absorptionsfähigkeit. Sie Erfolgreich oder auch nicht. In den letzten drei Jahren hatte es auf diesem Every Campus 19 Selbstmorde gegeben, was die globale Zunahme an Suiziden widerspiegelte. Und niemand wollte darüber reden. Hauptsächlich, weil offenbar niemand bei Every den Grund dafür kannte oder wusste, wie sich die Welle aufhalten ließ. Selbst die Zahl 19 war umstritten. Denn es gab keine lokalen Nachrichten. Es gab keine Journalisten, alle hinweggefegt von den Social Media, der Werbeapokalypse und vor allem vom Krieg gegen die Subjektivität. Somit wurde alles, was über die Todesfälle bekannt war, entweder aus Gerüchten zusammengestückelt oder aus rasch unterdrückten Berichten von Leuten, die hier und da an der Bucht eine angeschwemmte Leiche gesehen hatten. Denn das war die typische Methode, mit der Everyones ihrem Leben ein Ende gesetzten, sie warfen sich in die permanent steigenden Fluten. Ich muss zugeben, sagte Delaney, ich habe geahnt, dass All Factory früher oder später übernommen werden würde. Deshalb hatte ich Zeit, mir zu überlegen, ob ich hierher kommen wollte. Natürlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich genommen werde, aber ich hatte Zeit, darüber nachzudenken und die Perspektive zu genießen. Delaney hatte die Absicht, dieses Unternehmen zu vernichten. Sie hatte jahrelang auf die Chance gewartet, für Avery zu arbeiten, in das System einzudringen, um es zerschlagen zu können. Ihre College-Abschlussarbeit war der Auftakt zu ihrem Sabotageplan gewesen. Schon da hatte sie gewusst, dass sie für Avery wie eine Verbündete wirken musste, eine Geistesschwester, die sie gern in ihrer Mitte aufnehmen würden. Sobald sie drinnen war, wollte Delaney die Maschinerie genau unter die Lupe nehmen, nach Schwachstellen suchen und den ganzen Laden in die Luft jagen. Sie würde den Konzern snowden, sie würde ihn manningen, sie würde ihn ausspionieren und dann deep throaten. Ihr war egal, ob sie das mit der kultivierten, verdeckten Infodump- Methode machte, die ihre Vorgänger praktiziert hatten oder eher mit einem Frontalangriff. Sie hatte nicht die Absicht irgendwen zu verletzen, würde kein reales Haar krümmen, keinen realen Kopf tuschieren, aber sie würde Avery trotzdem den Garaus machen, seine bösartige Haarschaft auf Erden beenden. Dan stieg von dem Lama ab und checkte wieder sein Oval. Er begann auf der Stelle zu traben, wurde immer schneller, bis er eine verschwommene Gestalt aus Knien und Fäusten war. Das ging zwei Minuten lang so, nicht länger, denn dann ertönte ein fröhliches Geräusch aus seinem Oval und er hörte auf. Sorry, sagte er keuchend zu Delaney, ich hab's meiner Frau versprochen, deshalb lebe ich jetzt vegan und mache Kardiotraining, wenn das Oval sagt, dass der Zeitpunkt optimal ist. Sie ist letztes Jahr gestorben. Oh Gott, das tut mir sehr leid, sagte Delaney. Hast du in letzter Zeit ein MRT machen lassen? Hatte sie nicht. Dan hatte einen Ärmel hochgeschoben und zeigte ihr sein Handy, das er am Unterarm trug, eine beliebte neue Variante. Er scrollte, so schien es durch tausende Videos derselben Frau, in einem Haus mit hellen Böden, in einer Hängematte, Das ist Adira, sagte er, während die Thumbnails vorbeiglitten. Er schien zu überlegen, welches Video er Delaney zeigen sollte, einer Person, die er gerade erst kennengelernt hatte. Sie war schon Stadium 4, als der Tumor entdeckt wurde, sagte er und blickte hoch Richtung Bay Bridge, wo ein winziges Auto das Licht reflektierte, während es lautlos gen Westen fuhr. Jedenfalls sie Ich rate dir dringend, das auch zu tun. Mach ich, sagte Delaney völlig überrumpelt. Dan, da war sie sicher, sorgte sich um sie und das fühlte sich an wie eine grausame Masche. Kann mir gut vorstellen, dass du Wandteppiche machst. Ich kann's nicht, sagte Delaney. Wieso, fragte Wes, weil seine Frau gestorben ist? Ja, unter anderem. Hat er gefragt, ob du ruderst? Das passierte ihr häufig. Es hatte irgendwas mit ihrer Größe, ihren Schultern zu tun. Die Leute fragten, ob sie ruderte oder Volleyball spielte, manchmal auch Basketball. Sie war mindestens zehn Zentimeter größer als Wes. Eine Tatsache, die ihm nichts auszumachen schien, ihm offenbar nicht mal auffiel. Er hatte es nie erwähnt. Nein, sagte Delaney, er hat einfach nur ganz normal gefirkt, wie ein normaler Mensch, damit hatte ich nicht gerechnet. Wir haben über diese Möglichkeit gesprochen, dass du manche Leute dort mögen könntest, sagte Wes. Bist du soweit? Wes Maccasian tauchte in der Tür auf, drahtig und knochig und obeinig und mit seinem sandfarbenen Haar, eigentlich eher ein Gestrüpp, erinnerte er an einen Viehdieb aus dem 19. Jahrhundert. Seine Augen waren klein und hell, Mund und Zähne ulkig überdimensioniert. Wenn er lächelte, sah er aus wie ein kleiner, aber glücklicher Wal. Siehst du, sagte er, ich bin soweit. Er zog es normalerweise vor, keine langen Hosen oder Schuhe zu tragen und verbrachte die meisten Tage Wochen in Shorts mit Kordelzug und einem Logo der Hüter Jazz, einer Mannschaft, der er sich nicht verbunden fühlte. Außerdem liebte er ein bestimmtes T-Shirt, auf dem das Konterfei von Olof Palme prangte, dem ermordeten schwedischen Ministerpräsidenten, und weil das Gesicht des Toten außerdem Wes kleinen Kugelbauch kaschierte, hatte er gleich acht Stück davon gekauft und war nur selten in irgendwas anderem zu sehen. Ist es kalt draußen? fragte Delaney. Ist es kalt draußen? wiederholte Wes. Er trug ein Hoodie unter seinem Palme Shirt. Wes und Olof wandten sich dem Hund zu. Sie will wissen, ob es draußen kalt ist. Hurricane Wes mittelalter Hund sah mit flehenden Augen zu Delaney hoch. Sie konnte innerhalb von Minuten ausgehfertig sein, aber Wes und Hurricane waren niemals nicht ausgehfertig. Delaney nahm einen Pullover und streifte ihn sich über den Kopf. Bitte zieh nicht noch die Sneaker an, sagte Wes. Ihr dabei zuzusehen, wie sie sich die Schuhe zuband, löste bei Wes und insbesondere bei Hurricane einen schier unerträglichen Leidensdruck aus. Sobald sie damit anfing, wandte Wes sich ab und Hurricane tänzelte im Kreis, wobei seine Krallen wie Steppschuhe auf dem weißgetünchten Boden klackerten. Wie wär's mit Sandalen, schlug er vor, oder Schuhen mit Klettverschluss? Delaney ließ den Doppelknoten weg, mit dem sie normalerweise jeden Schuh sicherte. Zufrieden? fragte sie. Sie zogen die Tür zu und gingen am Fenster des Haupthauses vorbei. Wes Mutter, Gwen, saß in der Küche und machte für irgendwen die Steuern. Sie blickte nicht auf. Wes und Delaney wohnten am Pazifik in einem kleinen Hinterhaus, das sie die Seehütte nannten. Die Bay Area war zu einer grotesk unbezahlbaren Gegend geworden, wo Vermieter aberwitzige Mietpreise verlangten und jede Forderung fast unweigerlich von neuem und naivem Geld in San Francisco zu finden, kleine Dachgeschosswohnungen, umgebaute Garagen, zugige Cottages in den Gärten alternder Hippies, die sich weigerten, junge Mieter über den Tisch zu ziehen. Delaney hatte so eine Unterkunft mitten in Outer Sunset gefunden. Das Cottage, nicht weit vom Fischrestaurant Dölger Fischco und unauslöschlich von dessen Geruch durchdrungen, wurde komplett möbliert, samt Waschtrockner und einem 36-jährigen Mann namens Wes vermietet. Das Haupthaus gehörte Wes Mutter Gwen und ihrer Frau Ursula. Ich wohne bei meinen Moms, hatte er ihr erklärt, bevor sie einzog, ein Satz, den sie seitdem hundertmal aus seinem Munde gehört hatte. Als sie von der Einfahrt auf die Straße traten, rief Gwen ihnen von der Haustür aus hinterher, Limonade bitte. Ein Verkäufer von selbstgemachter Limonade hatte kürzlich einen Stand auf der Strandpromenade aufgemacht. Es würde nicht lange dauern, bis das Gesundheitsamt ihn wieder vertrieb, aber bis dahin baten die Moms Wes immer ihnen welche mitzubringen. Gwen winkte Delaney. Geh nicht hin, sagte Wes. Hi Gwen, sagte Delaney. Weiter gehen, sagte er, sonst sind wir noch eine Stunde hier. Hi Mom. Delaney verstand sich blendend mit Gwen und Ursula, aber die beiden wussten sie nicht recht einzuordnen. Sie waren sich vieler unterschwelliger Narrative bewusst und neigten daher zu der Annahme, dass ihre Beziehung zu Wes nicht unbedingt keuscher Natur war. Sie nickten brav, wenn Delaney ihnen sagte, dass Wes und sie nur gute Freunde seien, aber es war offensichtlich, dass sie etwas anderes vermuteten. Sie vertrauten wenigen Menschen und noch weniger Systemen. Deshalb lebten sie in einem Trock-Haus und deshalb sah Gwen ihre Arbeit als Steuerberaterin als eine Form von sozialem Protest, ihre Mandanten zahlten alle ihren gerechten Anteil. Rose, die Postbotin kam dazu, Delaney grüßte sie und ging weiter. Sie wusste, dass Rose und Gwen die Post völlig vergessen und über ihre Gärten reden würden. Genau das, das nutzlose Plaudern im Dienst gehörte zu den Dingen, und davon gab es sehr viele, die Anti-Trocks fast um den Verstand brachte. Die Ineffizienz, die Undurchsichtigkeit, die Verschwendung. Nichts war für sie so unwirtschaftlich und unsinnig wie das Postamt. Das ganze Papier, das ganze verlorene Geld, die zigtausend unnötigen Jobs, Lastwagen, Flugzeuge, gefällten Bäume, das ganze CO2. Trock war ein Terminus mit subjektiven Konnotationen. Ursprünglich als Beleidigung für Tech-Skeptiker gedacht, machten sich diese Skeptiker das Wort zu eigen und trugen es stolz. Und schon bald wurde es von beiden Seiten benutzt, um alles zu bezeichnen, das sich der unumschränkten Machtübernahme durch die Technologie widersetzte. In der Seehütte gab es keine intelligenten Geräte, nichts, was ständig oder problemlos mit dem Internet verbunden war. Wenn Delaney und Wes wollten, konnten sie über Satellit online gehen, aber stets mit einem manischen Augenmerk auf Sicherheit und Anonymität. Diese Lebensweise war immer seltener und in vielerlei Hinsicht sehr viel teurer geworden. Die Versicherungsraten für Truck-Häuser waren unweigerlich höher und seit gut zehn Jahren gab es Bestrebungen, Truck-Wohnungen ganz zu verbieten. Nachdem Avery-Lobbyisten eine Litanei von Gefahren ins Feld geführt hatten, war ein Gesetz erlassen worden, laut dem Kinder grundsätzlich nicht mehr in Truck-Häusern wohnen durften. Es wurde erwartet, dass das Gesetz bald auf alle Menschen und alle Arten von Wohnraum ausgedehnt eine Haltung, die von Avery gefördert wurde. Das Unternehmen hatte eine Reihe von Apps gekauft, mit denen Nachbarn Gerüchte und Angst verbreiten konnten und die Algorithmen der Apps machten besonders solche Posts sichtbar, die sich besorgt fragten, was genau eigentlich in diesen nicht angeschlossenen Häusern vor sich ging. Dennoch gab es in den meisten Städten noch Viertel, die standhaft blieben. Das in San Francisco wurde Chalktown genannt und schlechter Kanalisation wahrgenommen wurde. Delaney und Wes waren jetzt auf der 41st Avenue, wo die Straße runter zum Meer führte. Hurricane zerrte an seiner Leine. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich bin doch keine Spionin, sagte Delaney. Ich habe keine Ausbildung in sowas. Ausbildung, sagte Wes. Gibt's denn dafür eine Ausbildung? Wes war ein seltenes, aber nicht völlig unbekanntes Phänomen. Ein begabter Programmierer, der offline lebte. Ein Tech Truck. Und weil er sich die längste Zeit seines Lebens sozial abgegrenzt hatte, war seine Weltsicht die eines großmütigen Teenagers geblieben. Schlecht war schlecht, gut war gut. Rebellion grundsätzlich ehrenhaft. Delaney hatte sieben Monate gebraucht, bis sie ihm so weit vertraute, dass sie ihm ihre Pläne verriet, aber er hatte sie sofort verstanden und ermutigt. Ich kann's nicht, sagte Delaney. Ich hab gedacht, ich könnte es, aber ich kann's nicht. Wes blieb stehen. Hurricane legte sich noch entschlossener in die Leine. Er war sieben Menschen Jahre alt, seine Schnauze zeigte das erste Grau, aber er war ein Läufer, schon immer gewesen, und über den harten, nassen Sand am Strand zu flitzen, war seine größte Freude. Er war ein Mischling, aber Wes und jeder, der ihn rennen sah, war sicher, dass er Greyhound Blut in den Adern hatte. Vielleicht können wir es ja von außen zerschlagen, sagte Delaney. Wes grinste, seine Augen wurden groß vor lauter Inspiration. Das können wir, sagte er, ich schicke denen einen scharf formulierten Brief, und du stellst dich mit einem Plakat vor dem Tor auf, vielleicht könnte einer von uns einen Roman schreiben. Hör auf, sagte sie, ich kann da nicht wieder hin, das Problem ist, dass ich mich dabei arglistig fühle, die Menschen, die da arbeiten, sind so arglos. Sie richten allerdings kollektiv Schaden an, sagte Wes, aber meine Existenz dort wäre auf arglist begründet. Während du vorhast, die Welt zu retten, stellte Wes klar. Zufrieden mit seinem Einwand ging er weiter, was Hurricane sehr erleichterte, weil er kurz davor war, sich selbst zu strangulieren. Am Strand ließ Wes ihn von der Leine und Hurricane raste los, wirbelte hinter sich Sand auf. Er rannte jeden Tag eine volle Stunde lang und wenn er mal nicht seinen täglichen Auslauf bekam, wurde er unruhig, rastlos, sogar unberechenbar. Er kaute auf Kabeln und fraßte Lainys Schuhe und starrte sehnsüchtig durch die Jalousien. Das zweite Vorstellungsgespräch ist doch schon vereinbart, sagte Wes, du bist so gut wie drin. Das stimmte nicht und das wussten sie beide. Delaney schaute aufs Meer. Die anlaufende Brandung sah aus wie eine Armee fröhlicher Wischlappen. Ich habe überlegt, Segeln zu lernen, sagte sie, oder Drechseln. Wir hatten zwei Pandemien und ich habe nie Drechseln gelernt. Ich könnte ein Kino eröffnen, das Alexandria ist noch immer geschlossen oder Wandteppiche, ich würde gerne mal einen Wandteppich weben. Wandteppiche, sagte Wes und schaute aufs Meer, kann mir gut vorstellen, dass du Wandteppiche machst. Als Hurricane schließlich erschöpft, zu Wes zurückgetrabt kam, ließ er sich theatralisch zu dessen Füßen fallen, seiner Art ihm zu sagen, dass er jetzt wieder nach Hause wollte. An der Treppe vom Strand zur Betonpromenade kam ihnen eine Frau in einer schwarzen Windjacke mit Reflektorstreifen an den Armen entgegen, irgendeine Ordnungskraft. Hi, sagte sie, wollte mich nur vergewissern, dass sie die neuen Strandregeln für Haustiere kennen. Ist der Hund gechippt? Sie reckte den Kopf nach rechts und links, taxierte Hurricane. Wir fragen das alle, schob sie nach. Ist er nicht, sagte Wes, bemüht, seine Verärgerung zu unterdrücken. Die Frau nagte an ihrer Unterlippe. Tja, ab nächste Woche müssen alle Hunde innerhalb der Stadt grenzen gechippt sein, zur Sicherheit der Bürger und der Tiere, falls er mal wegläuft. Er läuft nicht weg, sagte Wes. Die Frau verdrehte die Augen. In Zukunft Sie zeigte zum Strand, wo ein Bereich von der Größe einer Doppelgarage markiert worden war. Und es besteht Leinen Zwang. Chips und Leinen, wiederholte Wes. Zu ihrer eigenen Sicherheit und der von allen anderen, die den Strand genießen wollen, sagte die Frau. Wes bedachte sie mit einem wütenden Blick, schaute dann rasch weg. Sie trug eine hochauflösende Bodycam um den Hals, sodass jedes Stirnrunzeln oder böses Wort aufgezeichnet und registriert werden würde. Danke, sagte er, und sie gingen weiter. Sobald sie außer Hörweite waren, explodierte Wes. Verdammte Scheiße! Ocean Beach war der letzte Ort in der Stadt, der letzte Ort im Umkreis von 50 Meilen gewesen, an dem Hunde frei laufen durften. Er schielte zur Hurricane hinunter, den Wes Tonfall offenbar besorgt stimmte. In Surfen oder Angeln, du konntest laufen, schwimmen, vögeln, egal was. Und warum? Weil der Strand riesig ist, bestimmt fünf Meilen lang, da gibt's Platz für alles, Scheiße! Weit vor der Küste trübte Ozeanregen den Himmel über den Farallon Islands. Du musst diesen Konzern vernichten, sagte er. Letzten Endes läuft alles auf ihn hinaus. Vernichte Avery und wir haben eine Chance. Sie brachten Hurricane nach Hause und gingen ins Free Gold Watch, eine nostalgische Spielhalle auf der Wallace Street, einen Block von der Haight Street und einen Steinwurf von der schmalen Verlängerung des Golden Gate Park entfernt. Keine Cams stand auf dem Schild an der Tür. Hicks und Trucks. Drinnen spielten ein halbes Dutzend Leute Flipper und Centipede. Delaney hatte nie rausbekommen, wer in dem Laden arbeitete, nie schien jemand die Verantwortung zu haben und doch war immer alles sauber und einwandfrei. Wes schob einen Quarter in einen kleinen Gallagher Spielautomaten. Spielst du mit? fragte er. Delaney zuckte die Achseln. Er warf noch einen Quarter ein. Delaney lehnte sich gegen die Wand und beobachtete im Spiegel, wie ein Mann, der ein T-Shirt mit dem Aufdruck Dämt trug, ein altes Zielschießen spielen im Western Stil spielte. Wes Raumschiff wurde schnell abgeschossen und er ließ Delaney an den Automaten. Wie geht's Pia? fragte sie. Pia war Wes Gespielin, sein Wort Gespielin. Sie wohnte bei ihm, als Delaney einzog und in der ersten gemeinsamen Woche fand Delaney sie intelligent und witzig. Als Kind hatte Delaney und jedes Mädchen, mit dem sie aufgewachsen war, davon geträumt, Meeresbiologin zu werden und Pia war eine echte Meeresbiologin, denn auch eine, die auf der Jagd nach Stipendien ständig rund um die Welt reiste, zurzeit war sie in Chile. Dann jedoch wurde Delaney klar, dass Wes und Pia beide in dem Glauben lebten, Pia sei die verführerischste Frau der Welt und kein Mensch könne Pia Minsky Newton begegnen, ohne sich in Pia Minsky Newton zu verlieben. Pia sah gut aus, aber für Pia und Wes war die überwältigende Herrlichkeit ihres Antlitzes eine ständige Belastung. Ihr Haar, das ein bisschen strähnig war, erinnerte in Pia und Wes Augen an die Kennedys und ihr Busen, den Delaney für durchschnittlich hielt, war für die beiden ein Wunder der Natur, das alle Welt zu unablässiger Lüsternheit trieb. Ganz gut, aber in ihrem Programm arbeitet ein gewisser Karl, der sich ihr praktisch an den Hals schmeißt, er hat ein Lied für sie geschrieben. Kommt sie über Weihnachten? Ich glaube ja, für eine Woche. Wes Augen wurden wieder abwesend. Ich hab Hunger. Sie aßen in einem namenlosen China-Imbiss auf der Haight Street, ein weiterer Trock Treff. Sie saßen an der Theke, aßen und beobachteten wie Steve war, der Inhaber, den Herd unter einem Schild putzte auf dem Stand, wir sind verpflichtet, unsere Gäste darauf hinzuweisen, dass dieses Lokal keine Kameras hat, Essen auf eigene Gefahr. Delaney kultivierte seit Jahren ein Social Media Image, das ihre Bewerbung um einen Job bei Every plausibel machen sollte. Ihr war klar, dass sie schon vor dem ersten Interview jeden ihrer Posts seit der Grundschule durchleuchtet hatten. Ihre Offline-Jahre bei den Parkrangern machten es erforderlich, dass sie ein hyperaktives digitales Ich pflegte. Sie verschickte jeden Tag hunderte digitale Frowns und Smiles. Sie kommentierte, bewertete und seit gut einem Jahr hatte sie sich darauf verlegt, Selfies zu machen, in denen sie als Popeye der Seemann posierte. Bitte mach nicht schon wieder Popeye, sagte Wes. Die Leute posten mindestens zwanzig davon am Tag, sagte sie. Ich habe erst elf. Wes ließ seinen Kopf auf die Theke fallen. Delaney durfte Wes nicht mit auf dem Foto haben und Steve erlaubte keine Popeyes in seinem Laden. Also ging sie vor die Tür und holte eine kleine Maiskolbenpfeife aus der Tasche. Sie klemmte sie sich zwischen die Zähne, neigte sie nach links oben und machte ein Selfie. Das schickte sie an ihre 3209 Follower und ging wieder rein. Wie viele hast du schon verschickt? Insgesamt, fragte Wes. Von Anfang an? Vor etwa sechs Monaten? Delaney konsultierte ihr Handy. 4.290. Du kriegst eine Mitteilung, wenn du einen Tag verpasst hast. Als sie zahlen wollten, dachte sich Steve eine Zahl aus. Er hatte keine festen Preise, keine Kasse, berechnete keine Umsatzsteuer. Sie zahlten bar, Steven nahm nur Bargeld und gingen. Every oder endlich ein Gefühl von Ordnung oder die letzten Tage des freien Willens oder grenzenlose Auswahl zerstört die Welt von Dave Eggers Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann Gelesen von Torben Kessler Ein Hörbuch des Argon Verlags